WTOSS.de 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 Fahr so schnell wie du kannst, um die Geschwindigkeit für das Auswerfen und Gleiten aufzubauen. WTOSS.de WTOSS.de Das machen wir dann doch direkt gerne nochmal. WTOSS.de Steuere während des Gleitens, um Richtung und Neigung zu kontrollieren. Okay. 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 Das ist ja einfach. Und hopp. Simulation abgeschlossen. Cool. Cool. Okay. 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 Steuere während des Gleitens. Okay. Das machen wir ja schon. Das machen wir ja schon. Simulation. Simulation abgeschlossen. Simulation abgeschlossen. Okay. 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 Ja. 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 Das ist... Okay. Scheiße. Ich verliere die Kontrolle. Ja. Ja. Da bist du wieder. Was zum... Henker? Ja. Das war... Nichts. Nochmal. Meine Güte. Die sind doch nicht blöd, oder? Naja. Du halbwiss. Das sieht schon mal besser aus, oder? Bleib... 60... Simulation fehlgeschlagen. Ah. 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 rallblöse. Scheiße! War klar... Ah 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 ah... Simulation aktiviert. Es kann doch nicht so schwer sein. Wir müssen jetzt eine Minute lang den Boden nicht berühren. Da muss es doch einen Trick für geben. Wir sind ein Vögelchen. So eine Scheiße. Simulation fehlgeschlagen. Komm, das ist doch Pisser. Den Wurfkonter. Schleudere Gegner durch die Luft, dass sie um Gnade winzeln, zurückbleiben. Nutze die neun verstärkten Defensivkräfte des Bats-Feuds, um fünf erfolgreiche Wurfkonter auszuführen und das Training zu beenden. Probieren wir uns erstmal da ran. Also. Ja. 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 Aufs Maul! Komm! Die ganze Zeit, einfach weil es Spaß macht. Und, komm! Es ist nur blöd, dass wir uns nicht töten lassen. Wir werden dir wehtun, Fat Man. Wir werden dir wehtun. Ah ja. Was machen wir jetzt? Es ist tot. Los, keine Gnade! Schrieg! 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 Umzingelt ihn! Schreibt an ihm da! Doch, es gibt Abende. Da brauche ich das einfach. Da muss jemand richtig aufs Maul kriegen. Ja? Äh, da hab ich was gekriegt. So. So, Simulation abgeschlossen? Yes! Fortfahren, bitte, ja? So, Jägergrundlagen. Schlage aus dem Schatten heraus zu, verschone niemanden, jage drei bewaffnete Gegner, deren Position zu Beginn jeder Herausforderung zuständig bestimmt wird. Los geht's! Okay. Simulation aktiviert. Mhm. So, wo ist denn... Da ist einer. Mhm. Mhm. Er ist da drüben! Kommt schon! Hier lang, da drüben! Na? So, wo bist du denn? Gute Nacht! Simulation abgeschlossen. Yes! Jägergrundlagen abgeschlossen. Okay. So. Das haben wir dann jetzt auch abgeschlossen. Das haben wir auch abgeschlossen. Greifhackenschub. Puh. Angst Multi ausschalten. Drei Schützen, eine Geisel. Mhm. Ein guter Praxistest für den Anzug. Okay. Was glaub ich, wer war das? Hat der Verstärkung angefordert, oder was ist los? Heils Maul! Der will uns nur rausschlappen.